Ja moinsen meine Freunde, hier ist wieder euer Vortex. Ich habe heute euch einiges zu erzählen. Und zwar haben wir ziemlich krasse Themen jetzt durchzunehmen. Das wäre einmal, ich möchte mich echt bei jedem von euch, wirklich bei jedem von euch bedanken, wo uns abonniert hat, also mich und den Joker. Da nochmal richtig, 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 richtig krasses Dankeschön. Ihr seid die Leute, die uns praktisch antreiben, Videos zu machen. Ich meine, bei so einer geringen Abozahl kann man das ja nicht wirklich als Grund sehen, aber für uns ist auch schon die geringe Abozahl wirklich ein großer Erfolg. Und wir feiern auch jeden Einzelnen von euch, der mal ein Feedback da lässt oder ein Like, wirklich Danke Leute, Danke. Ich würde mich auch freuen, wenn das noch mehr werden würden. Also wenn jetzt Leute hier das Video sehen, die uns noch nicht abonniert haben, dann müsst ihr echt mal durch den Channel gucken. Wir machen eigentlich ziemlich viel, wir haben eine große Bandbreite an Videos. Ich muss mal das scheiß Handy muten, Alter. Ihr geht mir halt auf den Sack hier, Wichser. Entschuldigung. Und zwar, ja, das eine Thema wäre halt, dass ich mich auf jeden Fall mal bei euch bedanken möchte für die Abos und die Likes und das ganze Feedback, was ihr uns da lasst. Und ja, ihr seid auf jeden Fall schon zu Bros geworden für uns. Dann möchte ich euch einmal sagen, wer Lust hat, mit uns mal so normal zu reden, so einfach mal so chillig ein bisschen unterhalten, mal lachen zusammen, weil bei uns ist es eigentlich immer ganz witzig auf dem Teamspeak. Dann kommt doch einfach mal rein in den Teamspeak. Und zwar, die Teamspeak IP ist vortexclan.nidrado.net. Da könnt ihr einfach mal vorbeichecken, ihr braucht auch kein Passwort. Eigentlich ist immer jemand am Start. Unter der Woche bin ich so meistens ab 5 Uhr drin oder so. Eigentlich immer zu erreichen da drin. Ja, anderes Thema. Ich mache jetzt zur Zeit Outlast mit Facecam. Kommt die eigentlich relativ gut an. Ich finde auch, die Facecam-Sache ist ja ganz schön. Nur das Problem ist, ich spiele jetzt zur Zeit auf der PS4. Und die Facecam nehme ich auf mit meinem gammeligen Laptop. Ich habe noch keine HD-Kamera. Die kommt aber jetzt wahrscheinlich nächsten Monat. Aber der Laptop ist halt richtig scheiße. Und das Aufnahmeprogramm, was ich zur Zeit benutze, das denkt sich so, nee, nee, du, nee, nee, ich fick dich. Dich und deine Aufnahmen, ich fick dich. Ja, und das setzt halt der scheiß Laptop wirklich um. Und jetzt war halt das folgende Problem. Ich habe Part 4 aufgenommen. Part 4 geht noch, also ist aufgenommen. Aber Part 5 wahrscheinlich nicht. Da fehlt dann die Facecam. Da werde ich dann wahrscheinlich den Part 5 ohne Facecam hochladen. Den Part 4 muss ich mal schauen, wie ich an die Datei rankomme, weil das Programm hat sich so krass aufgehängt, dass es sich nicht mehr öffnen lässt, nicht mehr schließen lässt. Auch nicht über Taskmanager oder PC-Neustart, wie auch immer. Da geht einfach gar nichts mehr. Aber naja, gut. Dann würde ich, ja, genau, also, das mit Outlast ist ja jetzt soweit geklärt. Dann will ich noch sagen, dass jetzt Horror-Let's Plays für mich eine große Sache geworden sind. Ja, das mit dem PT, Silent Hill, das habt ihr ja schon gemerkt. Das war mir dann am Schluss irgendwie ein Ticken zu krass, weil es halt wirklich dunkel war hier bei mir noch ohne Facecam. Nämlich hat keinerlei Beleuchtung. Ich hatte übelst die grüßelige Atmosphäre hier. Ja, aber das wird kommen, sobald da die Vollversion draußen ist. Sowas steht schon mal fest. Dann, Let's Plays kommen wahrscheinlich von Destiny 100. Also, was heißt wahrscheinlich, da kommen 100 pro Let's Plays von Destiny. Das haben wir uns schon beide vorbestellt. Da werden Let's Play Togethers kommen. Dann, was ist noch in Planung? Ja, auf jeden Fall Call of Duty Advanced Warfare vom ersten Tag an. Jetzt werde ich hier gerade angerufen. Dann begrüßt mir den Hurensohn mal live in der Aufnahme. Einen Moment. Ey, du Hurensohn. Ja, genau. Du Wichser bist vielleicht gerade live in der Aufnahme. Begrüß die Leute mal. Ja, genau. Ihr hört den Hurensohn. Ja, was gibt's denn? Ach, ich komm gleich zu hören. Ich hab doch nichts gewohnt. Ja, gut. Ja, was für ein Aufnahme? Wozu spielst du gerade? Ich spiel gerade gar nichts. Ich mach gerade nur so ein kleines Infovideo. Aber check mal kurz. Warte mal. Ja, wie gesagt. Call of Duty Advanced Warfare wird noch kommen. Wahrscheinlich. Mit der Outlast-Sache. Da guck ich mal, dass ich das auf die Reihe kriege. Und sonst war es das eigentlich soweit schon wieder. Ja, also, deswegen. Ihr wisst ja, abonnieren und like. Dann wird alles geil. Dann sagt dir mein Kumpel auch noch was dazu. Der macht nochmal ein bisschen Werbung. Komm, hau raus. Hau Werbung raus, jetzt. Ja, was? Ich verstehe nicht gern. Du sollst Werbung raushauen, du Wichser. Ach so, Werbung. Bei Aldi gibt's andere Wurzgurken. Ja, so ungefähr. Also, ihr wisst schon. Ja, geht zu Aldi. Da gibt's gute Gurken zurzeit. Deswegen, Leute, haut rein. Man sieht sich demnächst. Weil ich auf so см�st... Dass ich mich super, wird nicht sehr schwer. Enstatt mir mal frei. Ap Accept'ant essere. Ich danke. Aber auch. Und wo du sonst die Merk? Aber es ist ja, ich bin piss.